Showa ISA, 60cm Sunset Weiblich, Kindai Showa. Auf den haben wir das Nisai gekauft. Sehr schöne Zeichnung, gute Hautqualität, ist noch nett fertig. Auch der hat einen sehr langen Kopf. Die Kopfzeichnung ist unterlegt, wird auch auf Wachstum fördert, deswegen ist das hier etwas höher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.